Hi Ladies! Patty hat mich angeschrieben, dass sie über sechs Stunden ihr Kleid gesucht hat, aber leider keins gefunden. Und daraufhin schrieb sie mich an, ob ich ihr ein Kleid, was auch ein Outfit kreieren kann, was zu ihr passt. Und wie ihr seht, habe ich dir diesen Gefallen getan. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet auch noch mal alle Details zu den Sales, damit ihr nichts verpasst. Betty wurde relativ kurzfristig auf eine Party eingeladen und war auf der Suche nach dem kleinen Schwarzen. Am besten ein Cocktailkleid mit dem gewissen Etwas. Und hier habe ich von Nekton ein wunderschönes On-Shoulder-Kleid, was genau diese Kriterien erfüllt. Wenn ihr euch das genau anschaut, seht ihr sofort, was das Besondere ist. Denn ein On-Shoulder-Kleid ist ja, schaffe ich manchmal, das gewisse Etwas von einem kleinen Schwarzen. Aber hier hat der Designer noch mal eins draufgelegt, denn es ist ein wunderschöner kleiner kurzer Ärmel dran, der sich unten heraus wie ein wunderschöner Flügel herausbildet und jede Bewegung von euch quasi noch mal unterstreicht. Und damit verspreche ich euch, werdet ihr im Mittelpunkt stehen und keiner kann die Augen von euch lassen. Denn ein kleines Schwarzes ist natürlich mal durch das Schwarz, macht euch schlank und bildet eine wunderschöne Taille heraus. Und dadurch, dass dieses On-Shoulder so schön diagonal runter geht, bekommt ihr ein wunderschönes Dekolleté und der Rücken, ja, kann sehr entzücken sozusagen. Der Stoff ist aus Viskose, ein sehr leichter Viskose-Stoff und somit ist das Tragekomfort wundervoll. Und damit hat Patty und vielleicht ihr ein Kleid, ein On-Shoulder-Kleid, was sie wirklich zu vielen, ja, Veranstaltungen anziehen kann und immer der Mittelpunkt ist. Doch das alleine reicht nicht, denn ein Komplett-Outfit besteht ja nicht nur aus einem Kleid, sondern auch die Accessoires machen dem erst zu diesem Outfit, was euch zu etwas Besonderem macht. Und deswegen empfehle ich euch zu diesem wunderschönen Kleid. Diese wunderschönen Sandaletten von Tamaris, die sind aus Blilurleder, mit ganz vielen kleinen Riemchen, relativ flacher Absatz und damit bekommt ihr einen Fuß, der sich sehen lassen kann. Und zusätzlich, dass es ja dieses kleine, kleine, kurze, schwarze Kleid ist sozusagen, bekommt ihr ewig lange Beine und wirkt dadurch nochmal viel schlanker, größer und einfach nur fabelhaft. Um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, braucht ihr natürlich auch eine Handtasche. Aber ich empfehle euch, nicht eine große Handtasche zu wählen, sondern eine relativ kleine, wie diese hier, eine Klatsch von Fritz von Preußen. Und wie ihr seht, schaut es euch mal genauer an. Die Tasche hat ein wunderschönes Muster um die ganze kleine Klatsch da rum. Also wirklich filigran verarbeitet. Sie hat eine wunderschöne Kurzel mit Kette verflochten, die ihr euch einfach anstecken könnt über die Schulter oder abmachen und in der Hand halten. Also wirklich, ich liebe Klatsch. Die sind so varial einsetzbar. Und das Geniale ist, in der Klatsch ist ein wunderschönes, ja, Ablagesystem mit Reißverschlüssen, dass ihr mehrere Taschen habt, damit ihr nicht ewig nach eurem Schlüssel oder nach dem Handy suchen müsst. Und damit habt ihr ein Outfit, wo man sagen kann, hm, interessant. Das Ganze möchte ich jetzt auch noch dieses E-Pünktchen aufsetzen, denn der Schmuck ist auch noch das gewisse etwas, was es ja euch verspielt macht und das Ganze nochmal unterstreicht. Und hier würde ich euch empfehlen, nicht extrem aufzupumpen, sondern etwas relativ zart zu wählen. Zum Beispiel so eine wunderschöne Halskette und damit, wenn die Kette sehr dünn ist und ein Anhänger, der ein bisschen verspielt ist, wie jetzt diese kleinen wunderschönen verschiedenen farbigen Ringe, habt ihr ein Outfit, was ihr lieben werdet und am liebsten zu zig verschiedenen Veranstaltungen anzieht. Und damit wird Betty ja wirklich der Hingucker der Party sein. Und wenn ihr, wie Betty, so ein wunderschönes Outfit auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten in den Kommentaren so genau wie möglich zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht und dann kann ich vielleicht morgenschon so ein wunderschönes Outfit auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben oder unten einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und dir zu gehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?